Hallo, einen schönen guten Abendmittag. Ich habe ein schönes Kratzbrett für meine Katzenkinder, Katzenenkelkinder, ja. Zwei Kater, die sowas total lieben. Die haben ihre alte Kratzburg, die sie hatten, die sie Weihnachten bekommen haben, die haben sie inzwischen schon so ein kleines bisschen ramponiert und sie sieht nicht mehr schön aus. Und da habe ich gedacht, ich bestelle ihnen mal was Neues. Ja, das ist toll. Hier haben wir gleich zwei Flächen, denn sie benutzen das nicht nur zum Kratzen, sie relaxen auch darauf. Sie legen sich darauf und halten ihre Mittagsruhe und so und genießen einfach ihr Leben. So ein Katzenleben möchte ich auch haben. Das ist so richtig hammergeil. Ja, das haben sie dann beide. Da kann einer hier und einer dort liegen. Das steht meistens an der Balkontür bei meiner Tochter. Und dann gucken sie immer schön nach draußen, beobachten die Vögel und die Kinder, wenn sie draußen spielen, können sie alles sehen und liegen da mit einer Wahnsinnsgemütlichkeit. Hier ist noch Katzenminze. Katzenminze lieben Katzen. Die mögen den Duft und sind da ganz verrückt nach. Wenn man das hier so ein bisschen drüber strölt, dann finden sie noch schneller den Weg herauf. Dann gehen sie gar nicht mehr davon weg. Ich finde das ganz toll. 17,49 Euro ist für dieses zweiteilige Set ein guter Preis. Und von daher finde ich es absolut empfehlenswert. Und ja, das war irgendwie auch schon alles, was ich euch dazu sagen möchte. Alles andere könnt ihr selbst erforschen und ausprobieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss.